So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, ich stelle euch jeden Morgen den neuen Fondage Shop vor, wirklich jeden Morgen. Also falls ihr keine neuen Skins mehr verpassen wollt, einfach schnell kostenlos ein Abo da lassen, also unter Scrollen und auf Abonnieren klicken. Und dann würde ich sagen, ach ja, noch kurz hier die Einblendung der Gewinner von gestern. Und dann starten wir jetzt mit dem heutigen Fondage Shop, wo wir gleich drei neue Ostersachen drin haben. Neuer Skin, neue Hacke und eine neue Lackierung hier unten auf der rechten Seite. Werde ich euch jetzt alles nacheinander zeigen, fangen wir an mit dem Hopper Skin, den finde ich eigentlich ganz lustig. Besonders den Backpack finde ich eigentlich ganz fresh, so ein kleiner Beutel. Und wir haben auch noch einen alternativen Style und zwar diesen Eierkopf hier. WTF, was ist das? Alter, einfach so ein Schoko-Ei mit einem Monokel und einem Hut drauf. Was zur Hölle? Vom Preis her finde ich den auf jeden Fall in Ordnung. Ich meine, ein Skin, ein Backpack und auch noch ein Style gratis für nur 1200 V-Bucks, das geht auf jeden Fall klar. Außerdem werde ich den Skin auch wieder an meine Abonnenten verschenken. Das heißt also, ihr könnt heute gleich 2000 V-Bucks gewinnen. Falls ihr die V-Bucks haben wollt, alles was ihr tun müsst, um die zu bekommen, ist einfach nur ein Abo da zu lassen. Also hier Abonnent des Kanals zu werden, kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Dann dem Video hier einen Daumen nach oben geben, also ein Like da lassen und wieder heute ein Hashtag Ostern in die Kommentare schreiben. Heute ist ja Karfreitag, falls ihr das nicht wusstet. Heute ist ja Feiertag. Und ja, dann könnt ihr heute gleich 2000 V-Bucks gewinnen. Dann könnt ihr euch sogar noch die neue Hacke hier kaufen oder irgendwas anderes, was ihr wollt. Nämlich die bunte Brechstange haben wir heute drin. Vom Aussehen ja in Ordnung. Sound ist vielleicht ein bisschen leise und im Endeffekt ist das halt nur die ganz normale Brechstange hier, die es ja auch als Hacke gibt. Einfach nur ein bisschen gefärbt und unten mit so einer kleinen Schleife dran. Dann haben wir noch die Scherline. Denke ich mal kennt ihr alle vom Valentinstag noch. Man hat diese Challenges bekommen dazu. Dann bekommt man diesen alter Style. Der Style ist auf jeden Fall wesentlich geiler als der normale. Hier so schaut er dann aus, so weiß. Schaut auf jeden Fall heftiger aus als dieser normale Stil hier. Die Hacke dazu mit diesem Sound. Ja, hört sich auf jeden Fall deutlich mächtiger an als hier diese kleine Brechstange. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Da haben wir erstmal die Tanztherapie. Mit einer ziemlich coolen Melodie feiere ich auf jeden Fall. Die Markimeisterin, auch für einen Preis absolut in Ordnung. Hier 1200 V-Bucks. Schaut ziemlich cool aus. Coole Farben, cooler Backpack. Dann noch den Showstopper. Weiß ich nicht, feiere ich nicht so. Finde ich jetzt nicht so besonders. Im nächsten Slot haben wir dann den Chaos Skin, die Chaos Frau. Skin ist in Ordnung. Backpack finde ich jetzt eher nicht so geil. Dann noch die Wackelaugen. So ein kleiner süßer Gleiter mit so zwei Schals dran. Und im letzten Slot des heutigen Tages eine neue Lackierung. Und zwar den Pastelldruck. Ich zeige euch direkt mal hier die Modelle. Weiß nicht, ich finde die MP. Genau, hier die MP schon eigentlich ganz cool. Und die Sniper fand ich auch noch ganz gut. Ja, Bogen geht ja immer. Kennt man ja Bogen schon. Und ich weiß alle Lackierungen geil aus. Aber ansonsten hier so auf der Rifle oder auf der Pump finde ich sie jetzt nicht so geil. Gut ist ja, man kann es ja auswählen. Und falls ihr heute wie gesagt die 2000 Vlogs haben wollt, um euch hier sogar, oh no, ihr könnt euch sogar die Lackierung, die Hacke und den Skin kaufen, wenn ihr wollt oder irgendwas anderes. Wenn ihr heute wie gesagt 2000 Vlogs gewinnen wollt, einfach nur ein Abo da lassen, dem Video einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Ostern heute wieder in die Kommentare schreiben, um hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Ähm, außerdem, wenn ihr mich unterstützen wollt und die Gewinnspiele hier, dann tragt gerne Snoxy als Creator ein, weil ich benutze halt dieses Creator-System hier, dieses Creator-Programm, um euch was zurückzugeben. Also, wenn ihr hier mal Gewinnspiele sehen wollt, ich kann das nur machen, wenn ihr hier als Snoxy eintragt als Creator. Und, ähm, jo, damit ich sagen, schreibt mir gerne mal eure Meinung zum heutigen Shop in die Kommentare. Und, ähm, jo, damit ich sagen, danke für's euch schon, habt noch einen spannenden Tag, tschüss!